Komm, wir fahren! Und wir, Papa? Sehen wir uns dann überhaupt nicht wieder? Aber natürlich sehen wir uns wieder, Kleines. Jedes Wochenende und in den Ferien auch, versprochen. Nach den Büchern von Pia Hagmar. Hallo! Wenn wir uns erstmal eingelebt haben, ist ein Heimweh bald vergessen. Ich heiße Jonte und das ist da. Mama, Mama! Ich hab ein ganz tolles Pferd gesehen, drüben im Wald! Und ich hab mich für dieses Galopprennen in vier Wochen angemeldet. Du kannst noch nicht mal reiten und meldest dich für ein Galopprennen an? Du weißt, wie ich zum Reiten stehe. Ich will nicht, dass du sowas Gefährliches machst. Warum kann ich nicht selbst entscheiden? Immer bestimmt andere über mich. Ich will reiten lernen und ich will auch dieses Rennen gewinnen. Hilfst du mir dabei? Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020